so ihr lieben ich zeige euch jetzt mal eine möglichkeit wie ihr mit farben umgehen könnt bevor sie wegschmeißen müsst die eingetrocknet sind oder die einfach nicht mehr nicht mehr gut sind bevor man sie jetzt wegschmeißen muss wie man noch mal auf ganz schnelle art und weise was anstellen kann mit denen also das sind jetzt diese diese von delusions die paint die habe ich nie benutzt dann waren sie leicht eingetrocknet dann habe ich sie noch mal aufgerührt und habe sie auch mit zum cappuccino shaker habe ich dich noch mal gerührt dass die wieder ein bisschen homogener waren das hat aber nicht viel geholfen weil die einfach am kippen sind ich bin aber ehrlich nicht bereit die jetzt einfach nur in die tonne zu schmeißen und dachte mir also entweder mache ich jetzt was damit oder ich muss sie wegschmeißen und daher zeige ich euch jetzt mal auf eine ganz schnelle art und weise wie man wenigstens noch ein paar hintergründe damit schaffen kann oder einfach so vier hintergründe machen mit denen man dann weiter arbeiten kann sich jetzt mit der handy arbeit sehe ich handschuhe an und versuche jetzt einmal auf ganz schnelle und einfache weise was zu zeichnen also ich habe jetzt hier gerade die schwarz das sind nur noch solche brocken hier ja die nehme ich jetzt einfach in hand und mache jetzt in zeichnen jetzt mit diesem mit diesem brocken quasi ein gesicht das muss auch überhaupt nicht jetzt macht nichts das bröselt aber ist absolut okay das war mir schon klar dass das bröselt aber ich versuche jetzt einfach ganz lose hier ein gesicht zu zeichnen ohne dass ich jetzt hier groß genau bin sondern einfach ganz grob also das geht wunderbar kann man fast wie kohle benutzen aber es ist noch weich das heißt ich kann schon auch noch noch ein bisschen schmieren damit und das macht ja ehrlich gesagt spaß weil das ist jetzt besser wie wegschmeißen kann ich jetzt da ganz frei damit spielerisch und experimentell damit umgehen und muss mir gar nichts dabei denken dass ich jetzt hier irgendwie gute farbe verbrauche sondern es ist ja so dass ich es sonst sonst wirklich wegschmeißen muss also noch mal bevor ich das jetzt lasse es jetzt einfach mal laufen und ihr könnt das ein bisschen mitverfolgen wenn ihr wollt ich fasse einfach gerade so in die tiegel rein und das blatt das könnte jetzt wegen mir echt auch noch größer sein dann könnte ich mich jetzt da noch ein bisschen mehr austoben also da fühle ich mich jetzt fast ein bisschen beschränkt und ich denke dass ich mir da jetzt auch noch mal einen größeren bogen nachher her holen aber jetzt egal jetzt möchte jetzt einfach hier farbe großflächig benutzen einfach das was ich hier habe also ich weiß selber nicht was dabei rauskommt weil das wie gesagt also das ist jetzt einfach ein versuch das blau ist schon fast schon fast fast leer also eine farbe ist schon mal ja 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 Okay. Jetzt nehmen wir nochmal hier einen schwarzen Brocken. Oh, das kann man jetzt auch nochmal hier. Das kann man eigentlich auch nochmal verändern. verändern zu machen wenn an die feineren dinge da gehe ich nachher noch mal mit dem pinsel ran aber jetzt in der groben anlage darf das jetzt ruhig so sein ich gehe jetzt hier mache jetzt einen rand damit das mal ich jetzt ganz an weil ich nicht möchte dass das jetzt so sondern dass es eben wie weitergeht das bild deswegen alle das jetzt bis zum rand voll das ist ja mehr und schmieren wie in malen das ist ja das schöne wo man ein bisschen schmieren kann hier wie beim schminken noch mal was helles verteilen grün überall mit rein jetzt nicht so meine favoriten farbe ich will sie ja verbrauchen wahrscheinlich ist es deswegen auch bei mir vertrocknet weiß nämlich eigentlich nicht meine farben sind mit denen ich normalerweise gerne mal sondern das waren es war halt so ein standard set die standard farben die man halt so normalerweise kauft wenn man sich noch nicht so ganz sicher ist und deswegen die sind auch schon sehr alt und inzwischen bin ich mir über meine farben ganz sicher deswegen sind die einfach vertrocknet bei mir weil sie einfach nicht meine farben sind so ganz intuitiv und das weiß ich jetzt auch inzwischen dass das der grund ist auch nichtsdestotrotz will ich sie trotzdem nicht wegschmeißen weil die waren echt teuer und ja und dann mal einfach so was auszuprobieren das sind sie mir dann nicht zu schade dafür wenn wahrscheinlich wenn es jetzt farben wären die hatte ich total gern mag da hätte ich dann angst dass ich irgendwie das versau und wird gar nicht so wild drauf losgehen aber in dem fall fällt mir das jetzt wirklich leicht da rein zum schmieren also ich will jetzt auch gar nicht so tun als ob das jetzt eine super technik wäre die ich jetzt hier aus künstlerischen gründen so mache sondern das einfach wirklich schlicht und ergreifend weil ich die farbe nicht wegschmeißen will und weil ich auf die art und weise für mich jetzt noch mal umgehen kann damit und was ausprobieren kann natürlich ist es ein versuch und natürlich ist es auch lehrreich und spannend so was mal auszuprobieren aber ja ich will jetzt dann nicht so tun als ob wie gesagt das jetzt eine super spannende technik werde ich jetzt hier kreieren aus künstlerischen gründen sondern ja meine wachen bewegt gründe sozusagen es macht echt spaß ich lasse das jetzt mal ich lege das jetzt mal auf die seite weil da habe ich sogar noch zweites blatt drunter hätte auch einen arbeitsplatz abdecken können aber das habe ich jetzt halt nicht gemacht genau so jetzt entschuldigung platz gehen noch mal hier das gleich noch mal meine farbe die ich auf dem handschuh habe sehr interessant was da dabei rauskommen kann wenn die grasfläche blümchen rein setzen blumenstrauß feld blumenstrauß machen die schauen aus wie wenn ein starker wind weht blumenstrauß feld blumenstrauß feld ja hier haben wir noch auch noch mal die schwarzen bobeln mit rein setzen hier und da noch einfach noch ein paar solche elemente dann haben wir das gelb auch schon bald aufgebraucht schwarz habe ich noch viel aber mein schwarz ist ja immer eine basic mit dem kann man immer viel anfangen noch blau und grün sind noch so meine unfarben die ich hier habe mit denen ich jetzt von denen ich jetzt nicht so begeistert bin wie gesagt aber ich nehme es jetzt einfach hier mal kann es natürlich auch noch mischen gefällt mir jetzt eigentlich nicht also was mache ich jetzt damit wenn mir was nicht gefällt ja ich mir muss wieder ein bisschen weg so richtig 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 fern macht es ehrlich sagen das ist ja egal wenn das noch mal drüber geht völlig wirft kann auch durchaus sein dass ich das noch mal noch mal im trockenen zustand dann in einzelne karten schneid dann kann das ganz toll ausschauen das sind jetzt echt so zufalls dinge ich lasse das jetzt echt mal ein bisschen damit es wird schon jetzt ziemlich schmierig das ganze aber ich sage ja experimentell und jetzt schauen wir mal ob man da noch was anderes machen können komme ich bloß nicht mehr an diese da ist eine schablone an die ich hinkomme ohne dass ich jetzt irgendwas anfassen muss und probiere jetzt mal wie das ausschaut wenn ich da noch mal farbe runter nehme jetzt gucken wir mal gehen wir noch mal mit blau bisschen drüber sehr interessant und schon kriegt das ganze interessante struktur was auch wirklich toll ausschaut wenn man da jetzt noch stücke rausschneidet anschließend und jetzt nehme ich mir gerade das noch mal auf die seite und geht er auch noch mal rein mit das muster finde ich jetzt einfach klasse hier nach hier auch noch mal abdruck von dem ja also das werde ich nachher noch mal bearbeiten mit 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 einer feineren stift so bar die details rausholen aber ich finde das jetzt schon obwohl ich die farben jetzt so nicht mag aber jetzt finde ich schon mal ganz interessant zu gucken wo wir das hinlegen können das ist jetzt natürlich auch eine tolle sache ich noch mal das hier jetzt ausschaut ganz toll also begeistert mich jetzt richtig und guck mal hier habe ich ein gesicht da kann man jetzt ganz toll noch weiter ein gesicht herausarbeiten das schaut aus wie ein kinder gesicht und hat eine ganz interessante auch direkt noch so sehr interessant aus solche zufalls sachen also hier können wir das erkennen hier die nase und der große kopf bisschen sturmhaare also das gibt ein tolles gesicht in der weiterbearbeitung